also wir haben schon mehrere Videos zu machen und wir sind heute in Hannover, in der Stadt die sind zu groß, die sind zu sehr einfach aber was zu suchen finden wir natürlich nicht wir waren gerade an so einem Gulli-Deckel der macht Musik, das ist cool eigentlich gibt es auch mehrere von, aber wo die sind, keine Ahnung dann zeigen wir euch nachher bestimmt nochmal oder wir schneiden das zusammen ja dann habe ich mir gerade so ein Coffee-Ding geholt dachte ich auch selber was wie wir für hatten im Coffeeshop aber es schmeckt eh krass also es schmeckt fast reich, nur dass es nicht so smooth ist ja ich bin schon viel rumgekommen und alles ich bin schon viel rumgekommen ich bin schon viel rumgekommen aber eh ich bin schon viel rumgekommen und so was machen wir jetzt noch? wir wollen eine Tour zu New Yorker wir gehen jetzt New Yorker und filmen dabei guckt es, spart euch ich bin schon das gab wir gehen jetzt mal wieder ab ehm ja die Olle wollte in New Yorker rein, mal gucken was passiert Oh cool! Brauch für mich! Wanderen! Ich gucke gerade! Ich hab was gefunden! 5 Euro! Rock! Ich würd gern einen Schwarznagel! Hh. H-h-h-h Halt mal, für mich mal. Das ist nicht geil. Ich bin dunkel, wie ich da war. Denkst du doch? Ja. Ja, Leute, das ist New Yorker, so ähnlich wie bei uns, ihr habt den New Yorker jetzt schon auf ein Video gesehen, eine viel größer natürlich irgendwie und alles besser aufgeteilt, habe ich das Gefühl, zu aufzuhören, aber es sah halt mal, es sieht cool aus. Siggi, Miggi, du müsstest dir mal eine kaufen, nicht immer nur aussetzen. Miggi, 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 Miggi Die Zecke sind schön, pass auf mal an der Seite, noch mehr, schnell weg. Das ist so geil. Holst du die? Das hier. Cool, Brille. Ich muss mal aufpassen, dass ich die Leute nicht verklaufe. Das wäre cool. Ne? Ja. Weil sonst hab ich, glaub ich, Arschkarten, so wie gestern bei der Frau. Das war aber auch der Börner, ey. Ne? Ihr hofft das. Wir haben gestern Video gemacht. Sie wollte eigentlich die Frisilbeln verarschen, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Und die Kundin hat sich beschwert und gefragt, ob wir Videos machen, ob ich aufnehme. Und war rechtfristig eigentlich, muss ich sagen. Hey, cool. Was? Aber naja, später. Was? Ja. Was? So, wie? Was? Ja. Ii. Was? 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 und er hat seine Art und wieder ein Fortspiel gesehen hat auch kein Schwarz mehr Kölner ich habe euch geschehen um ja 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 her 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 und auch halb und und hier unten geht es auch Oh, Leute, es sind drei Etagen, muss ich sagen. Also es ist noch größer. Ähm, ja. Acht auf die Frauen. Ja. Oh, mit Wäsche. So, Leute, wir fahren jetzt runter, ähm, in die untere Etage. Es sind drei Etagen, wie ich gerade gesagt habe. Und mal gucken, was hier alles gibt. So, gut. Es sind sogar vier. Hey. Wundervoll. Wem immer noch keine Tasche gefunden hat, das sind gerade die Einzel-Tannover-Tasche. Ach doch, für die Kerne haben sie doch was. Hier kommt auch raus. So toll ist die Musik, aber auch nicht. Ach, sind wir nicht letztens, äh, gestern raus? Ja. Wollen wir noch mal in der Lade? Welchen Laden? Das Basteln. Okay. Erzähl mal was. Es sieht aus, wie das in der Lade ist. Ja, auch in der Lade ist. Maria. Ja. Erzähl noch was. Ach so. Diesen Smoothie-Lade, äh, Bubble-Tee-Laden. Bubble-Tee. Das ist total ödel. Voll widerlich. Oh ja. Das ist geil. Sie ist cool. Guck dir sie mal an. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020